Ja, finster ist im Stall. Machen wir mal ein bisschen Licht an. Der Giuseppe. Ja, hallo. Ah, grüß dich. Wo bist du denn? Grüß dich. Du siehst du, du bist alleine durch, weil ich hab nicht gehört. Nein, nein, das ist unser Paco, der wo da so schön singt. Hier ist der Paco. Komm, singen wir mal miteinander mit dem Paco. Du musst ein wenig mitsingen, Gsafe, dann sing du vielleicht mehr. Ja, Paco. Weihnachtsteil haben wir. Gsafe, ein Aschi da. Und Giuseppe ist auch da. Ja, Giuseppe. Paco, unser neuer Freund schon hier. Paco, du hast deinen Kameraden, Giuseppe. Du hast deinen Kameraden schon hier. Giuseppe, hallo, ich bin dich, haben wir den angeschafft, ja. Sie haben mich immer wiederกastic, hingekbern. Sie sind alte P间 im presets. Sie sind optimistisch. Er ist wichtig. Jetzt hat er gesungen. Wenn du noch ein wenig Weihnachtslieder singst, jetzt kommt der Puma auch noch. Puma, kannst du mal kurz vor das Licht halten, dass du mal hochhebst an Puma? Puma, magst du mitsingen? Wir singen Weihnachtslieder. Kannst du ihn hertragen? Wo ist denn der Puma? Puma? Na, wo ist der Seppe? Wo ist denn der Puma? Ist er wieder weg? Puma, magst du noch einmal singen? Komm, jetzt singt er. Jetzt müssen wir miteinander Weihnachtslieder singen. Puma, magst du noch einmal singen? Puma, magst du noch mal singen? Paco, die singen. Paco ist schon gut. Ja, ist ein Wiege mit der Schabe. Gehst du mal zum Xaver hin, Paco? Komm. Du machst den Xaver so gern. Gehst du zum Xaver? Ja. Du Xaver, probier mal. Paco, das ist Giuseppe. Das ist dein neuer Capo. Giuseppe möchte Capo sein. Oh, du fröhliche. Oh, du seelische. Oh, du singende Weihnachten. Er kennt es ja nicht mehr aus. Er singt schon, er singt. Er singt, das mag er gern. Singen, singen, tralalala. Singen, singen, tralalala. Aber die Schafe ist nicht das, gell? Die Wunde. Wenn es müde oder was auch nicht, kannst du so eine Schafe. Ja. Und das ist unser Hörnchen. Das ist unser Schweizer Bergschaf. Die ist... Oh, hörst du? Jetzt singt er. Jetzt hat er gehört, ja. Ja. Paco. Komm, du mal singen. Ja. Also, ich höre dich auch. Hm. Hm. Der Giuseppe gefällt es auch, wenn wir singen. Ja. Das haben wir hier gemacht, ja. Etza. Etza. Und wo auch immer. Hm. 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 Ja. Hm. 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 Er kennt sich sehr gut aus. Schaut, schaut er zu dir. Aber ihr schaut glücklich aus. Hm. Hm. Ja. 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 Ich glaube, du braucht nur einen netten Gesang. Ja. 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 So, jetzt habt ihr unseren Weihnachtsstall gesehen und der Paco hat dann doch noch gesungen.